Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich habe mein Bestes gegeben, also, Leute, ich bin euch wirklich ehrlich, ich dachte, ich gehe rein und gehe nach Hause, ich dachte echt, erste Runde, ciao, ciao, und dann einmal, zweimal, dreimal, viermal habe ich den gegeben, aber ich bin dann, boah, der Typ steht ja immer noch, scheiße, man, falsch geplant, ja, man, ja, auf jeden Fall, äh, also, wenn es stimmt, dass, äh, ja, doch nie gekämpft hat, dann ist er echt ein Naturtalent, muss ich sagen, weil ich habe echt meinen Trainer zeigen lassen, ich habe es jeden Profiboxer geschickt und alle haben gesagt, dieser Typ hat schon gekämpft, weil so wie er sich bewegt, ist echt unmöglich, dass man das so schnell lernt, also, keine Ahnung, ob das stimmt, ich weiß ja nicht, das ist ja nicht mein Ding, aber wenn es, äh, wenn er echt, wie er gesagt hat, auch zum ersten Mal gekämpft hat, Naturtalent, wirklich, der so, fang mit Boxen an, ich bin ja ehrlich, so, Januar von An fluorescentem an nächster ridicatzen und Oi und ich bin, ich bin, güven når ich draußen bin ja müde îl, w Christoph, wie ich bin,